Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei AMD Geode. Heute zeige ich mal ganz kurz noch mal etwas dazwischen und zwar hat es irgendwann mal irgendjemanden interessiert, wie ich meine Aufnahmen mache. Hat auch drunter geschrieben, kannst du mal zeigen, wie du deine Aufnahme machst. Ich weiß es leider den Namen nicht mehr. Es ist auch wirklich unter den Kommentaren untergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die letzten Videos, wo ich hier zeige, Hardware-Tipps und so weiter für PCs und sonst was. Ich muss sagen, da ist doch stark frequentiert, was Kommentare angeht. Also zunächst mal Dank an alle euch natürlich dafür. Und ja, ansonsten, ich weiß es leider nicht mehr, was es war, aber ich kann mich daran erinnern, dass es so war. Deswegen zeige ich das mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ich sage es ganz klar und deutlich direkt am Anfang, man braucht dafür eine AMD-Grafikkarte. Ist leider so. Es gibt das gleiche auch von Nvidia, das nennt sich dann Shadowplay, aber das hier ist tatsächlich von AMD-Grafikkarten. Achso, genau, ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Irgendjemand wollte mal wissen, was für einen PC ich eigentlich denn besitze. Das können wir auch mal machen. Machen wir mal Windows dieser PC. Rechtsklick, Eigenschaften. Und zwar besitze ich einen i5-2320 mit 3 GHz pro Kern, ein Quad-Core, kein Hyper-Free-Ding. 16 GB RAM, aufgeteilt auf zwei Module, a 8 GB. Und ich besitze eine, Moment, eine RX 470 mit 8 GB. Das ist meine Grafikkarte von AMD. Ich habe noch eine Zweitgrafikkarte dran, die Intel HD Graphics. Irgendjemanden-Scheiß. Juckt auch keine Sau. Es ist eigentlich auch nur, Entschuldigung, es ist eigentlich auch nur für meinen Zweitmonitor da. Mehr hat die eigentlich auch nichts zu tun. Hauptgrafikkarte ist mein Hauptmonitor dran und an die Intel ist noch mein Zweitmonitor für Teamspeak oder so dran. Genau, by the way, Teamspeak. Ich habe auch einen eigenen Teamspeak, da kann man gerne auch hinkommen. Wie man sieht, auch etwas frequentiert. Wir haben hier nämlich einen altes Live-Server, der Alpha-One heißt. Um das auch mal kurz zu zeigen, hier zum Beispiel, das ist das Terminal dazu, X-Term, wo man so ziemlich alles damit machen kann. Dann haben wir hier noch MySQL Workbench, da habe ich ja die Datenmang-Einträge und so weiter. Ich habe gerade zum Beispiel den Noah Braun einiges ersetzt hier. Also das ist eigentlich so das, womit ich mich momentan so ein bisschen beschäftige. Aber zurück zum Thema, wie nehme ich auf? Ich nehme damit auf. Und zwar mit dem AMD-Radion-Treiber. Da gibt es nämlich eine Spalte, zuerst mal hier unten kannst du ja Spiele und so weiter, ist ein bisschen was drin, dann Videos. Kann man so verschiedene Settings machen. Einfach rechtsklicken auf den Desktop-Radion-Settings, dann kommt das. Und da gibt es hier noch bei den neuesten Treibern, aber auch den neuesten Crimson-Treiber, wenn man den dann installiert hat, dann gibt es hier auch noch die Spalte Relive oder Relive. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Und da kann ich dann einstellen, was ich so brauche, was ich so haben soll. Zum Beispiel, ob es eingeschaltet ist oder nicht, ob es einen Desktop aufnehmen kann oder nicht, welchen Ordner das speichern soll. In dem Fall auf meiner 2-Gigabyte-Platte. Wie man sieht, hatte ich vorher Fraps. Vorher hatte ich kein Relive oder Relive und habe Fraps immer benutzt. Allerdings waren die Dateien da immer exorbitant groß. Und dieses Programm macht das tatsächlich so, wenn ich eine Desktop-Aufnahme habe und es bewegt sich nicht viel. Wie jetzt zum Beispiel. Das Einzige, was jetzt läuft, ist oben links der Sekundenanzeige. Sonst läuft nichts. Also rendet er auch nur das und alles andere lässt er aufs Standbild. Hat den Vorteil, dass die Dateien wesentlich kleiner sind als normal. Also ich gehe zum Beispiel aus einem 10-Minuten-Video mit knapp 100 Megabyte raus. Wenn überhaupt. Der andere Vorteil ist, man kann auch einiges einstellen. Man kann zum Beispiel auch eine Art Wasserzeichen einfügen. Also wir haben zunächst mal hier Videoaufgabengerät. Da steht zwar Analog Capture. Was auch immer das jetzt bedeuten soll, da bin ich jetzt selber nicht so ganz auf dem Laufenden. Dann auf die Audioaufzeichnung, ist klar, von meiner Ria Soundkarte das Mikrofon. Hier haben wir ein paar Hardkeys, die man so benutzen kann. Des Weiteren haben wir für die Aufzeichnung Profil. Klar, ich stelle immer alles selber ein. Grundsätzlich. Ich habe auch Gameaufnahme, weil ich durchaus auch mal Games aufnehme. Und da brauche ich auch wirklich schon eine gute Bitrate. Hier können wir die Aufzeichnungsbitrate manuell einstellen. Ich habe sie momentan auf 15 Mbits. Kann man bis 50 schrauben. Dann sieht das Ganze auch richtig geil aus. Aufzeichnung kann ich 30 FPS, kann ich bis 60 machen. Ich glaube sogar 120 sind möglich. Codierung AVC, Main Concept ist klar. Alles andere kommt nicht in die Tüte. Audio Bitrate kann es auch einstellen. Ich glaube, das geht sogar ein gutes Stück weiter runter. Ja, bis 320. Sofortige Wiedergabe brauche ich nicht. Ja, Stream. Stream ist auch so eine geile Sache. Man kann mit diesem Treiber, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist kein Extraprogramm. Es ist ein Treiber. Und mit diesem Treiber kann ich live streamen. Ja, der Vorteil ist ja, genau wie bei Shadowplay, dass dieses Rendern an sich ja live in der Grafikkarte funktioniert. Das heißt, man braucht keinen großartig extra RAM. Man braucht so gut wie keine CPU-Leistung. Und es wird keine Festplatte in Anspruch genommen. Nichts. Das passiert alles in der Grafikkarte. Und zwar in Echtzeit. Und das ist das Geniale dabei. Ich könnte theoretisch jedes Video zum Beispiel, das jetzt gerade, gönne ich live auf YouTube streamen. Und wäre überhaupt kein Problem. Ich hätte überhaupt keine Einbußen. Ich habe das auch schon mit ARC getestet, obwohl es nur eine RX 470 ist. Zwar mit 8 GB, aber nur eine RX 470. Trotzdem kann ich damit auch ARC live streamen. Das ist wunderbar. Ich kann sogar skalieren. Ich kann zum Beispiel die Stream-Auflösung oder die Aufnahme-Auflösung, kann ich künstlich hochschrauben. Bis auf, das ist glaube ich 2K. Bis auf 2K kann ich künstlich hochschrauben. Und das, obwohl ich eine ganz andere Auflösung habe. Und das während der Aufnahme. Das ist schon richtig geil. Archivsteam noch nicht. Bitrate, Gemeinstein-Audio, FPS ist klar. Das habe ich sogar auf 60 stehen. Wenn ich dann mal streame. Ich mache es nur nicht, weil ich bin zu faul dafür. Warte mal, da war da nicht noch was. Da war doch irgendwas mit Wasserzeichen. Oder war das hier? Systeminformation anzeigen brauche ich nicht. Kamera anzeigen. Da, genau. Benutzerdefinierte Überlagerung. Da kann ich jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt aus. Da kann ich ein Wasserzeichen einstellen. Dass ich zum Beispiel oben rechts, oben links, unten links oder unten rechts ein Wasserzeichen oder eine Art Logo habe. Kann ich transparent machen oder auch nicht transparent. Ich kann eine Kamera einstellen oder keine Kamera. Ich kann so gut wie alles da mögliche einstellen. Das ist eigentlich das perfekte Aufnahmeprogramm. Ich denke mal, das ist, was OBS eigentlich sein sollte. Für alle, die sich auskennen. So, ich denke mal, ich habe es jetzt gezeigt. Also, wie gesagt, man braucht eine AMD-Grafikkarte. Und es geht ab der Radeon HD 7000er Serie geht das. Und dann natürlich auch über die R7, R9 und RX und Fury X-Karten. Die gehen alle damit. Das geht alles. Nur älter als die Radeon HD 7000er Serie geht nicht. Aber die Grafikkarten sind auch schon so alt. Ich denke nicht, dass eine noch hat, die noch älter ist. Also, sollte gehen, sollte funktionieren. Sollte es eigentlich auch keine Probleme geben. Gut, ich denke mal, das habe ich jetzt ausgeführt. Ihr habt ja jetzt auch mal ein bisschen so meine Welt hier gesehen, was ich hier so mache. Ich kann auch gerne noch etwas ins Detail gehen, falls jemand was wissen will. Die Spiele hier bitte nicht so beachten. Ich habe die meisten einfach nur installiert, weil ich sie installiert habe. Keine Ahnung. Ich zocke ab und zu mal Empire Earth. Zeit oder der Eroberung mit so ein paar Kollegen. Ansonsten sind das halt so Spiele, die ich mal teste oder ausprobiere. Ich bin zum Beispiel Minecraft Wordstone Freak. Ich habe da schon Schaltungen gebaut. Das muss man sich mal reinziehen. Und Kölbe Space Programm einfach nur deswegen, weil ich es geil finde. Ja, so. Das war es jetzt. Ich habe genug von mir geplaudert. Falls Fragen sind, wie immer in die Kommentare reinhauen. Ich reagiere gerne drauf, was auch immer ihr euch wünscht. Ich kann auch gerne Tutorials geben. So, und das war es von mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.